Meine Zeit läuft ab. Ich muss sicher sein, dass es dir gut gehen wird. Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Wohin gehst du? Zum Ort der Wünsche erfüllt. Was ist das? Es kann den Wind erkennen. Der die Menschen mitnimmt? Er ist noch sehr jung. Wir müssen ihn beschützen. Los! Hey, wie hast du das gemacht? Wir brauchen seine Kraft, um zu überleben. Wenn wir sie irgendwie replizieren, haben wir eine Chance, uns zu schützen. Das bedeutet, er ist verdammt wertvoll. Nicht nur für uns. Sie werden niemals frei sein, solange sie denken, dass er uns beschützt. Ich frage dich erneut, wie setze ich dieses Gerät an? Ich frage dich erneut, wie setze ich dieses Gerät an? Ich frage dich, wenn ich das Gerät anbaut. Ich frage dich, ich frage dich. Ich frage dich. Ich frage dich. Untertitelung des ZDF, 2020